Ich habe es nach oben drauf geschafft. Ich auch, ich bin gerade hier rüber geslipet. Nein, ihr seid da gelandet. Ich bin im anderen Haus neben dran gelandet. Aber wir sind nicht voneinander weit entfernt. Das heißt, ich sollte es eigentlich schnell schaffen, zurückzukommen. Ich habe zwei Biggies. Ich habe drei Biggies. Ich finde nur SMGs, ich finde nichts anderes. Ja, ich bin gerade im Fight mit dem. Ich bin auch nicht, irgendwie rennt er weg, dann schießt er mich an. Der ist irgendwo in diesem Gebäude. Der ist gerade weg, gerade weg. Der hat mich irgendwie angeschossen, ist er weg. Ja, ja. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich hab ein. habe ihn. Ich hab ein 3D-Manöver gedeckt. Was eine Dummies school. Ja, ich brauche. Ich habe ein 3D-Manöver gedeckt. Bumke also wenn jemand eine Havoc findet, die er nicht braucht, dann würde ich sie gerne nehmen hier Dankeschön bitte ja schon so ist es okay so warte ich muss ja posten hat vielleicht jemand Attack gesehen? Attack? ja ne ah ok ich sehe Oma, macht das Leid ich hab mich aber umgekümmert ja, stopp ja, weil Megacity wird immer direkt als Wetterstadt bezeichnet, deshalb landen wir es wieder so wenig ah, ha, ha, ha ja er wusste ja, man kann, man kann ähm, jetzt auch seine Teammitglieder mit Autos umfahren ja ich weiß, ich hab mich damit schon selbst gehittet aber das geht nur mit einem bestimmten Trick ja aber das geht halt nur mit einem bestimmten Trick er kommt oh exotischer Zufall warte noch nicht angreifen lass alle zusammen drauf sprayen er macht mit äh Granaten das ist die bessere Taktik er macht er macht er macht ja k er macht das ist wieder zu hat vielleicht jemand ja ich hab welche oh sorry jetzt hab ich sie auch so sehr eingesackt warte ich geb dir meine auch noch ja wir haben die schon alle also ich hab auch ich hab einen ich hab auch keinen also ich hab einer kann gut sein ja komm ich wollt grad editieren ich hab geschossen statt editiert dann fahren wir halt noch um die ganze stadt rum und schauen ob die welche sind hier zum beispiel höre ich doch doch da hinten bleiben ja ja ich hab schon eins ich hab das ding ich hab mal ich hab eins grad aufgefrischt ich hab schon ich hab auch eins ich hab so ein Teil ne Slipers oh aufmerksam das ist einer mein Lieblingspams ich hab sie grad durch das Ding bekommen durch das Perk ja ne dem nicht glaub das war der Bot der hat einfach nur was abgebaut ja hm just dass was ah ok jetzt wie ja hat vielleicht man auch Paprika Mony dazu ja fast er ist mir weg geflogen aber den krieg ich noch in der luft der da unten ist ja irgendwo ich habe einen genockt ich habe selber nicht viel ich habe gerade meine komplette ein paar munition verbraucht eigentlich schon ich glaube ich weiß auch schon wo er ist der sind die sind hier drüben der höchst doch schon ja die sind hier drüben hingehen oder aber ich habe jedoch ich habe jedoch gar gesehen wie sie gebaut haben ja komm hier sind doch ich habe mir noch ein ziel ach komm stark als jemand will mit mir tauschen kann er mein 3d manöver gerät haben und die waren genau gleich voll auch egal wir müssen wir nach mega city die insel ist übrigens gespawnt die 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 Ihr müsst mir nur sagen, geh mal zur Insel. Also ich geh grad zur Insel. Oder? Das schießt noch sehr viele. Ich komm schon. Ich komm auch. Okay, hier ist ein krasser Fight. Ich geh jetzt mal zurück. Ich hab mir einen mit dem 3D-Manöver geholt. Ich werd abgeschossen. Ich bin gleich da. Der hat sich aber ran gehackt. Hinter dir. Hacker, 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 Hacker. Hacker, Hacker, Hacker. Hacker, Hacker, Hacker. Das ist Hacker. Hacker, Hacker, Hacker. Hacker, 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 Hacker. Ich bin zurück. Ich hab den hier geschnappt Kann sich mal jemand darum kümmern bitte Digga ich werd hier gerade angeschossen Von einer verdammten Sniper Ja er ist gleich tot Hier nicht mal Ich hab auch einen Jetzt hab ich null Ach scheiße ich war schon hinten angesniped Ich baut einer zu, baut einer zu, baut einer zu Jungs Da kommt das Da baut zu Ich bin hier gleich zur Hilfe Einfach äh World War Na ganz kurz nur Moment Oh wie der sich versteckt Hier Steckt das? Steckt das? Ach digga was da Guck mal her Ich hol den kurz hoch Hey wo ist der? In dem Wettbewerb Das war's Super danke Bitte Jetzt ist es war wieder geholfen In der Zeit müssen wir die anderen stoppen Ok, da wird auch einer wieder geholt. Da werden Barsch, da werden mehrere wieder geholt. Nicht nur einer. Ich gehe, ich muss rein. Oh, oh, wo habe ich den Laser kassiert? Ich habe voll gesehen, was passiert. Ich habe richtig den Laser kassiert. Lass uns in dieser Hütte verstecken. Oh. Bin tot. Ich gehe jetzt hin. Auch nicht. Oh. Weiter, weil wir müssen in die Zone. Ja, Sven ist schon weitergegangen. Ich komme einfach hinterher. Ja, die ist schon. Bin bei dir, Sven. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wo? Kann man da hochgehen, zu dem Ding? Hier war Loot, hast du gesagt, oder? Das sind zwei lila Sniper's. Oh, sorry, 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 sorry. Ich habe das Gefühl, das könnte eine gute Runde werden. Ja, stimmt. Ich habe überall voll mit. Ach, nee, da ist ja gar nichts mehr. Da hinten ist einer. Einer kommt. Die Hütte ist jetzt dieser Hauptquartier. Hä, das ist nochmal einer. Ja, wart ab. Da ist nochmal einer. Ja da da ist auch einer ok da geht da geht einer raus da sind nur noch zwei stück wo sind die die sind da hinten mach ich mal ich kann probieren an einem zu spitz hatten ja lass das mal machen aber der eine muss gefinished sein ich glaube nicht ja die die das war mit haben wir also ich hab 13 ich hab zwei